Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play WoW, warum sagen sie Witcher 3? Ja, das wär's gewesen So, jetzt machen wir mal den Beutel auf, den wir hier bekommen haben Ranzen voller hilfreicher Ware Mal gucken, was wir da kriegen Genau eine Sache Einen schönen Umhang Der ist auch noch seelengebunden Und der hat Die sind ganz schön stark, die Dinger Plus 1 Rüstung, minus 1 Int, plus 3 Ausdauer Oh, leg den mal an Meinst du das besser? Ja, die Ausdauer ist schon nicht schlecht Gerade weil du hörst, wenn ich HP hast Okay Na gut Ja, das könnte jetzt mal eben, ich glaube, 60 HP oder so geben Ja, das könnte hinkommen So Gut, ich überlege jetzt, ob wir jetzt random reingehen Dann können wir Flammenschlund oder Todesminen kommen In den Todesminen waren wir aber schon Oder ob wir spezifisch anmelden, nur für den Flammenschlund Und dann aber auf 2000 XP verzichten, die wir für den Random Dungeon kriegen Ich würd sagen, machen wir nochmal einen Random Dungeon Vielleicht kriegen wir's ja Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt, dann müssen wir das halt nochmal machen Okay, machen wir Alter, das geht recht schnell, ey Mit Tank und Heiler Ja, das ist echt angenehm Das stimmt Hüpf, hüpf, hüpf Wie laufe ich denn hier hinterher? Das bist ja gar nicht du Ja, ich bin irgendwo hinter dir Achso Das ist schon sehr schön Also mit dem Waffen ist echt angenehm Hallo Hallo Was geht ab? Alter, da will der eine Krieger nicht drauf, oder? Bereitschaft, doch Ah, sehr schön, Flammenschlund Das ist natürlich optimal Ja Wir können das so machen, dass wir für alles random anmelden Und sobald wir zweimal in derselben Distanz waren, werden wir halt spezifisch, damit wir alle mal gezeigt kriegen Wolle ich gerade sagen, man kann das ja auf jeden Fall einmal machen, mindestens Ansonsten kann man random machen, damit man die Punkte kriegt, ne? So, alle Quests ruhig annehmen, ne? Auf jeden Fall mal schön alles annehmen Uff da, ta, uff da Es gibt immer ordentlich Quests, nämlich hier in den Dungeons Ja, das haben die geändert mit Mob oder mit... ne, ich glaub mit Mob Das ist echt angenehm, als Ich brauche ein Ziel Ach, Mensch Alter, ich halt ganz schön heftig schon, 3 und 4 Maler von eben ist wieder dabei Alter, Gear gewürfelt 100, nice Ich hab eigentlich einen Erfolg, hast du ja wahrscheinlich schon, ne? Gear 100 gibt, glaub ich, einen Erfolg, eigentlich, sogar Oder war irgendwas anderes Was? Du meinst, als Würfeln 100? Ja, Bier Aber ich glaub, dafür brauchst du Mindest, äh, Itemlevel Und auch gewürfelt wird Kann sein, ja Vielleicht hab ich das auch schon, ich weiß es gar nicht Kann gut sein, aber da hättest du eigentlich nochmal bekommen Hier, wenn die Idee, äh, die ganze Zeit am Pullen ist, dann kannst du ihn ruhig mal sterben lassen Okay Ja, das ist Tank-Sache Okay Und da bin ich, da bin ich empfindlich, wie viele Tanks Alter, ich halt echt schon mega gut, ey Ja, du solltest übrigens auch die Humanoiden looten, ne? Die, die hier rumliegen? Ja, die geben Siegenden die Bosse für ein Quest Okay Ähm Nur wenn ich dazu kommt Ich muss zuerst etwas anvisieren Ich brauch ein Ziel War das der erste Boss schon? Ja, das war der erste Boss Cool, Kette brauchen wir Kette können wir nicht gebrochen Nee Nicht wirklich Oh, guck mal, der eine Panda hat hier so einen Tiger, den ich vorhin sagte Den ich haben wollte, wenn ich einen Jäger spüren würde Mhm Ja, das ich wahrscheinlich, dass ich mitgründet und auch cool fand Wahrscheinlich, ja Oh, ihr seid immer so schnell Ich komm mit den Looten und mit den Hallen gar nicht hier da eher Und mit den Laufen Looten, Laufen, Heilen, das ist schon, schon heftig Ja Der Heiler muss einfach alles, ich kann am liebsten noch tanken So, das wär voll geil Das wär wirklich geil, aber dann kannst du auch solo gehen Ja, stimmt Dann bist du beim Todesritter angekommen Wollte ich grad sagen, Todesritter, die können das ja Ja So, das kriegen die jetzt bestimmt auch alleine hin, wenn sie jetzt schon pullen möchten Ach, die pullen? Ja Ja, ich werd sie ab und zu mal ein bisschen heilen, aber äh Also ich werd sie jetzt nicht ab und zu sterben lassen Ja, nö, also wenn die die ganze Zeit am pullen sind, kannst sie gut sterben lassen Das ist überhaupt kein Problem Okay Wichtig ist, dass der Tank lebt Ach, bin ich froh, dass ich Tank bin Das stimmt Da haben wir uns ja auch die besten Klassen ausgesucht, weil ohne uns geht eigentlich gar nichts Ja Ich habe keinen Ziel Genau, das ist der Punkt Wir haben uns die besten Rollen ausgesucht, so Aber auch vielleicht die schwierigsten Hm Ja, jein Das geht Danke, der hat vielleicht was für dich? Ne, ich hab was besseres Und ich hab den bekommen, lol Ich hab echt Glück mit meinen Gieren Pass auf Irgendwann kommt's wieder Ah, der, derjenige, der kaum Schaden macht, kriegt wieder die schönsten Sachen Ja, du spielst auch Heiler Ja, deswegen ja Ich kann's auch nur vorstellen Solange du mich jetzt nicht ständig verrecken lässt, wird sich da schon keiner aufregen Alter, ihr habt das Gefühl, der Pala ist einfach so langsam Das ist so geil, der Pala Der Pala ist hier die ganze Zeit am Pullen und macht den wenigsten Schaden Wollt'n Spaß Wurde es gar nicht gebrauchen Alter, was ist denn das für ein Boss da? Nack mal Ich muss zuerst etwas anvisieren Kann das sein, dass sie die Instanzen auch so ein bisschen anders gemacht haben? Ja Von den Bossen? Ja Hab ich nämlich noch nie gesehen hier Alter, hab ich einen abgekriegt So, dann nehm ich halt die Ah, Leder brauch ich nicht Komm, wir gehen längs lang Keinen Stoff Links lang? Ja Na cool, ich hab' bekommen Geil Zwei Armschienen droppen ich wirklich aufs Weide bedarf Und die zweiten kriege ich Und die zweiten sind besser Hier links Das ist rechts Andere rechts Ich bin außer Reichweite Das ist zu weit entfernt Ich bin außer Reichweite Ach, du bist doch da Alter Ich hab' dich da eben nicht kipfeln sehen Das krieg' dir doch allein hin Ach, da gehst du lang Alter, das ist hier so verzwickt alles Das ist, äh, genau dasselbe Weg wie da Da Ja, ich hab' dir schon Heal draufgegeben Müsst' es wieder halbwegs voll sein Das wohl nicht, das wohl nicht Das wohl nicht Ich kann da jetzt nicht gucken, wenn ich die Leute heil muss Das ist immer so ein bisschen, äh Ich war da, starb, der ist schlechter Oh Gott, ey, ihr seid zu schnell Ja, das wär' die Döste die ganze Zeit voren Oh, das ist leider nicht so, dass man eigentlich auch auf den Heiler und auf den Tank wartet, bis alle in der Gruppe da sind Genau deswegen sollst du die Leute sterben lassen Okay Ja gut, wenn ich woanders bin Ich glaube, ah, wir haben die SI7-Leute nicht gerettet Ja, wir kommen hier sicherlich mehr als einmal noch rein Äh, wäre jetzt nicht der Plan, ne Wir waren jetzt einmal drin, oder? Achso, wollen wir jetzt einfach nur überall einmal? Würde ich jetzt vorschlagen, ne? Ja Weil ihr möchtet selber sehen, ist ja auch langweilig Ich geh jetzt nochmal eben zurück und, äh Rette die Typen, ne? Ja, ich komm mal mit, ne? Weil ich hab die auch noch nicht, glaub ich dann Ja Achso, jetzt haben wir alle fünf Wo gehen wir die ab? Äh, ganz im Achso Ach, wir sind schon durch? Jo Oh, die gehen immer recht klein Das sind sieben Minuten Da könnte man eigentlich zwei Stücke mal machen von Ja Mal lege gerade Wir kämen jetzt Ach, wir kämen jetzt auch schon in die nächsten beiden Dungeons rein Höhen des Weglagens und, äh Irgendwas anderes Cool So Bevor wir aber dann weitergehen, muss ich ja mal was verkaufen dann Hm Alter, ich hab einen richtig guten Umhang in der Robe bekommen Vier Int und vier Ausdauer mehr Hm Oh, ich habe, was ist denn das? Feuerod im 2G Oh, cool Was bringt mir das Ziel? Vor allem Zauberländer 32 Feuerschauen, verbrennende Dämpfe drauf und allein aus dem Verlauf von Okay Das ist mir zu hoch So Okay Äh, gibt es hier sonst noch was? Boah Ne Ich hab einen Heilergottel bekommen Heilergottel? Er ist trotzdem was als Mana Das wollte ich Ach, das ist von Nebel in der Dämpfe betroffen Dann könnte ich da Feuerod im Beruf machen Äh, da guck mal was ich heile Weiß ich nicht Seh ich nicht Die ganze Satz selber Ah, oh, wo war noch? Oh, mit denen heil ich das Hm Warte Resü Wo war noch? Ja Ah, guck mal was ich heile Erstmal raus, ne? Ja, komm mal rauskriegen Jetzt der Scheißpallern, den hat die ganze Zeit gewartet Auf'n neuen Rand, wa? Hä? Auf'n neuen Rand wahrscheinlich, wa? Mhm So, jetzt will ich ja mal verkaufen Aber Wenn wir Wir können nur in die Höhlen des Weglagens kommen Und wenn wir nur in die Höhlen des Weglagens kommen Das ist ne relativ lange Indie Ja, das werden wir ne neue Folge wahrscheinlich machen, ne? Ja, du bist Das der Punkt ist, du bist noch 17 Ich bin schon 18 Echt? Wieso bist du schon 18? Das ist ne gute Frage Hast du eventuell den Quest vergessen? Das waren 4 Quests Hab ich alle abgegeben Aber ich hab 4 Quests noch draußen angenommen gehabt Hast du die abgegeben? irgendwo? Ne, ne? Äh, draußen nicht, ne? Äh, ach hier ist Weil jetzt die ganze Zeit ein Sturm wird Hier ist die Bank Wo ist denn hier ein Verkäufer erstmal? Ich weiß nicht, wenn nicht Dann mach ich nachher mal einfach mal ein paar 3 Monster oder so Dass man das aufholt Also ich hab halt auch nichts angelegt, was mir mehr Erfahrung gibt Okay So, jetzt wird das mal hier halt verkauft, was ich nicht mehr brauche Das ist eigentlich fast alles, ey Hallo Dekabander, hallo kleine Nachtelfer Ganz ehrlich, das Gold hättest du mir eigentlich nicht geben brauchen Und ich hab jetzt schon 4 oder 5 Gold gemacht Jo, ist doch gut, ey Und scheiß, Pandaren sind fast zu groß wie Nachtelfen, das ist ja ganz schön krass Ja Sieht so aus Lieb wohl Alterer Glühwein, nehm ich Äh, sind wir eigentlich gerade onscreen, ne? Ja, doch Ja? Noch, ja Ach ja, du hast ja immer nicht, ja, 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 wir sind da hinten drin noch Ja Ich hab das vergessen 5 Minuten haben wir noch ungefähr Jo Ähm Ich würde fast vorschlagen Dass wir uns schon mal als nächste Questgebiet, äh, begeben Gehen, dass wir nebenbei wenigstens da weiterquesten können, wenn wir suchen Ja Ähm Ist natürlich auch wieder Quatsch Ähm Ja gut, wenn wir noch 3 Minuten haben, dann könnten wir eigentlich auch Noch 3 Minuten rumpimmeln, dann würde ich sagen, nächste Folge wird komplett nur Höhen des Weglagens Genau Und danach schauen wir mal, was geht Wie hoch wir dann sind, weil dann dürften wir schon fast 20 sein, dann können wir uns erstmal das Reiten holen Ja, würde ich sagen, laufen wir erstmal, äh, zu unserem Questziel hin, oder? Fliegen meine ich Ähm, das brauchen wir dann nicht mehr, weil das ist dann eh underleveled Achso Achso Das heißt, die Quest kann ja eigentlich abbrechen, oder wie? Ja Äh, wie macht man das denn? Äh, machst du eine Quest auf? Oh Jetzt würde ich natürlich eigentlich gerne hier den Schwingen, aber auch wirklich machen, aber das geht gar nicht Du leckst wieder bei Skype Ja, Hammer Äh, und ich sehe gerade, ich habe tatsächlich eine Quest vergessen Welche? Da war Helix, äh, Ritzelbrecher getötet Naja, das ist aus der letzten Idee noch Der Todesmin Müssten wir da vielleicht mal rein nochmal Oder? Ja Könnten wir prinzipiell auch machen Gut, dann gebe ich hier aber erstmal die anderen Quest ab, warte mal Abbrechen, ne? Ja Ja So Abbrechen 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 So Gut, dann können wir ja eigentlich schon mal reingehen, so zu zweit, oder? Geht das? Äh, äh, ne, komm, komm, komm Du lässt Du lässt sich Du lässt sich Äh, du lässt es bei Skype Äh, du lässt es bei Skype So, ich überlege jetzt gerade mal, was wir jetzt die zwei Minuten hier noch machen, bevor... Ja, komm mal, ja, ja Wo bist du? Oh, ja, nochmal, nochmal Oh, ja, nochmal Hast du gerade Gold? Äh, ganz kurz die aus meiner Haare gekriegt, für vier Gold Okay Dann ist er nicht, ah Also, eine Hälfte hab ich, eine Hälfte hast du Dann kann ich ja erst Hilfe ein bisschen höher kriegen, wach Genau, das ist der Punkt Bis wann? Bis was? Äh, 80 80 jetzt erstmal? Ja, ich kann es eigentlich auch durchstehen Es gibt danach Ist es zwar gelb, aber dann gibt es auch noch Punkte Okay Stehen wir in den letzten Minuten noch hier rum und machen erste Hilfe Naja, gut, also was sollen wir mal machen, im Endeffekt, ne? Jetzt eine Indie anzufangen, ist das blödeste, was wir machen müssen Ja, das hilft jetzt überhaupt nichts Genau Hilgenmeister von Erz-Erbe Hammergeil Äh, dafür hab ich jetzt gleich, äh, erste Hälfte schon noch 75 Oh Jetzt dauert es auch, jetzt ist gelb ab 75 Ach, 75 geht es gar nicht höher Oh, scheiße, ja, da sagst du was Haha Da hast du das legeres gilt Ja Okay, ich hab schon voll weit das legeres gilt Gut, dann haben wir jetzt noch ein, zwei Minuten Dann gehen wir da mal hin und holen uns mal den nächsten ab So sieht das aus Dann haben wir wenigstens eine sinnvolle Funktion, was wir gerade machen Ja Ja, und dann, weiß ich nicht, wollen wir dann erst, äh, wir gehen aber erstmal die neue Indie dann, ne? Die Oder wollen wir erstmal mal eine Quest machen Dann, dann bringt dir das, ähm, mit der anderen Quest nicht mehr viel Und dann hängen die überhaupt nicht hinterher, oder? Ja, dann hängst du zwar ein bisschen hinterher, aber ich glaube, wir müssten eh erst die halbe Indie machen, damit du die abgeben kannst Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin Ich würde sagen, wir ignorieren das einfach und machen die neue Indie Okay Und du machst dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Quest mehr als ich Dann bist du halt wieder auf einem Level Ich bin ja auch nicht weit voraus, ich hab jetzt von Äh, meinem Level hab ich sieben Prozent Das ist ja nix Ja, klar Äh, ab zum Ers-Hilfe-Typen Siebze bin ich, du bist achtzehn, dann können wir uns ja bald bereit hier holen Ja, genau Das ist ganz geiles So, Ers-Hilfe Und weiter Spiraleinenverband Der geht da bis 150, ne? Äh, der geht bis 115 Wie geht's? Also, naja, der Wollverband, der dann kommt, der geht bis 115, so Bis 150 geht der späre Wollverband So, machen wir mal weiter So, der Wollverband kann ja auch schon vier basteln Hallo? Wollverband habe ich bisher Wie gesagt, ich sammle kaum was ein Mögen die Reisen sicher sein Bisschen blöd, aber, na gut So, was haben wir denn jetzt hier? Was können wir denn hier, äh, in unsere Tasche backen? Ja, er wird sich hier auf den Tisch legen Oh, können wir machen für Ende der Folge Oh, jo, ich hab jetzt erste Hilfe schon 97 86 Boah, bis heute mal jetzt So, und damit sage ich Gute Nacht Bis zur nächsten Folge Mach das gut Rebecca Tschyüüüüüüüüüü Vielen Dank.